Diese hier zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in Börsstadt. Die Wohnung wurde 1964 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 174 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 72.000 Euro. See Immobilien Management GmbH beantwortet gerne Ihre Fragen.